Hallo zusammen! Ich befinde mich ja gerade in Schweden und bin hier vorbeigekommen in der Ortschaft Vellfors. Und die fand ich optisch ganz ansprechend und dachte mir, hier drehe ich mal eine Runde mit euch. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran! Den Anfang macht hier so ein kleiner Park entlang des Flusses. Und das Ganze ist sehr schön gemacht hier mit den Wegen und kleinen Brücken, aber das wählt ihr jetzt noch sehen. Es ist übrigens angenehm, es sind 17 Grad im Schatten, so mit kurzer Hose T-Shirt. Im Schatten noch ein bisschen frisch, aber sobald die Sonne da ist, herrlich. Auch die Schilder hier, schön, dass immer Bilder dabei sind, weil Ute das ist halt eine Toilette behindertengerecht. Und Vellfors Leden ist der Wanderweg, den es hier gibt. Ich gehe jetzt erstmal hier Richtung Kraftwerk-Museum, Lachsobservatorium und zu dem Vellfors Wasserfall, den man im Hintergrund bestimmt schon gut hört. Ja, jetzt geht es auf diese schöne Holzbrücke Richtung Sonne. Es blendet wieder ein bisschen, aber das muss man jetzt hier wohl mal in Kauf nehmen, um diesen wundervollen Anblick zu haben. Gut, ich muss zugeben, das Wasser hat nicht diese klare Qualität, wie ich es jetzt von Norwegen kenne, aber beeindruckend ist es allemale. Was schön wäre, wenn diese Hinweisschilder zumindest in der zweiten Sprache zum Beispiel Englisch noch wären und nicht nur auf Schwedisch. Und hier ist nochmal so eine Stahltreppe runter zum Wasser, die habe ich gerade von der anderen Brücke gesehen, deswegen bin ich nochmal ein kleines Stück zurück. Ja, so ist das natürlich nochmal wesentlich beeindruckender, wenn man hier drüber geht und das Ganze dann von hier sieht und sogar noch ein Stück weiter gehen kann, und zwar hier runter, wo man dann einen herrlichen Blick in Flussrichtung hat und hier mitten in die Gischt rein, was auch sehr beeindruckend ist. Ich denke mal, aufgrund dieses starken Regens die letzten 24 Stunden ist das Wasser auch dementsprechend aufgewühlt mit den ganzen dunklen Farbstoffen. Jetzt bin ich an dem Lachs-Observatoriet und da kann man hier unten reingehen. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja klasse. Man ist jetzt hier im Grunde in dem Flussbett und hat einen Blick da rein. Das ist natürlich die Frage. Tatsächlich, da ist sogar ein Fisch. Ob man hier was sieht, wollte ich sagen. Ja, das sprudelt hier natürlich vom Allerfeinsten. Und ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, aber da bewegt sich schon so der eine oder andere Fisch drin. Sieht aber auf dem Bildschirm eher schlecht aus. Das ist wahrscheinlich eher was, wenn gerade diese Lachswanderungen sind, dass sie dann hier deutlicher zu sehen sind. So leider nicht. Also vom Gedanken her fand ich das da mit den Lachsen, dass man sich das da anschauen kannte, sehr gut. Das ist halt leider die falsche Zeit. Aber es geht schön weiter, wie ihr sehen könnt. Ich bin ja fasziniert von der Kraft des Wassers. Noch mal ein kleiner Blick von der Seite. Dann ein kurzer Blick auf die Feuerwache von Fellfors. Und auf das nach meiner Meinung wunderschöne Gemeindehaus hier. Hier über dem Ort üben die ganze Zeit zwei so Kampfjets. Und das ist ein Mordslärm. Und das ist ein Mordslärm. Irgendwie beeindruckend, aber andererseits auch ganz schön heftig. Was die beiden da die ganze Zeit machen. Aber ich hoffe, man erkennt das, wenn die hier so steil nach oben ziehen, immer in diese Wolke und dann wieder runterkommen. Hier jetzt ein Blick auf diese wunderschöne Kirche. Eingefasst mit dieser alten Steinmauer. Und dem teunelnden blauen Himmel. Ist das nicht ein Traum? Ja, ich muss sagen, aufgrund dieser Einfassung mit dieser alten Steinmauer. Dem blauen Himmel natürlich. Diesem top grünen Rasen. Also diese farblichen Kontraste hier. Und dann die Kirche. Ist echt irgendwie ein tolles Gefühl. So, und hier nochmal ein kleiner Schwenk über den Rest des riesigen Ortes. Und dann würde ich sagen, geht es weiter. Aufrichtung Schwedens Küste. Vielleicht gibt es das im nächsten Video. Macht's gut. Euer Markus.